Was ich in Wittenberg gerade bei der Jugend, bei dem Jugendcamp erlebt habe, war ungeheuer inspirierend. Ich habe ein bisschen was von dem gespürt, was ich immer mal wieder gerne mit dem Wort Generation 2017 bezeichnet habe. Ich habe wirklich die große Hoffnung, dass von Wittenberg und von diesen dichten Wochen und der Begeisterung, die die jungen Menschen da ausgestrahlt haben, ein dicker, großer Impuls in unsere ganze Kirche ausgeht. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Begeisterung junger Menschen, die Beteiligung junger Menschen. Und ich hoffe, dass die jungen Menschen, die sich einbringen wollen in den Gemeinden, überall offene Türen und offene Herzen finden. Und wir eine Beteiligungskirche sind, in der alle Generationen ihren Platz haben. Ja, die Generation 2017 ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, dass Beteiligung in der Kirche, wie Sie sagen, Beteiligungskirche, gelingt. Und dass es Spaß und Freude macht, sich zu beteiligen und die jungen Menschen, dass man denen auch ruhig was zutrauen darf. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich vielleicht, dass man sagt, wir möchten, dass Jugendliche selbst den Reformationssommer gestalten. Da gehört ja auch ein bisschen Mut zu, das denen zuzutrauen. Aber das ist dieses Jahr geschehen und die haben es wunderbar ausgeführt. Im Konfi-Camp haben sie gar nicht aufgehört, den Gottesdienst zu feiern, den Abschlussgottesdienst. Und das ist für mich die Generation 2017, die uns zeigt, dass Beteiligung auch von jungen Menschen in Kirche wunderbar gelingen kann. Genau, Beteiligung ist das eine. Und was braucht Beteiligung? Freiraum. Und ich finde, das hat Wittenberg ordentlich gezeigt bei der völligen, vielfältigen Angebote, die es im Bereich der Jugend so gab. Raum, Raum und einen Rahmen und einfach mal machen und da entwickelt sich. Und ja, ich würde mir wünschen, dass genau das sozusagen der Spur nach gefolgt wird und wir sozusagen dahin in diese Richtung die nächsten Schritte gehen.